Die einzige Wahrheit in der Welt wieder hier, und zwar in der Sendung vor dieser Sendung. Da ist die englische, komplette oder vollständigere Ausgabe. Und hier heute sozusagen nochmal die ganz klare Aufforderung. Leute, stoppt, jammern, löst Problem durch die Partei Wir 2020, die beginnen will jetzt zu diskutieren nach unserem gestrigen Telefonat von über zwei Stunden. Beginnen will bald mit dem Talk. Ich habe angeregt, dass damit es nicht nur über die 20 Reformen der Next Scientist for Future geht, sondern damit man noch mehr Reibungspunkte hat. Die Gemeinwohlökonomie, in Englisch sollte man, also da muss man wohl Eco-Good googeln. Googeln, Bürgerrat, ja das ist wohl in Englisch besser übersetzt mit Citizens Assembly, Citizens Assembly, Citizens Assembly und Volksentscheid wird wahrscheinlich übersetzt mit Referendum. Ich weiß es nicht so genau. Wenn jemand was Besseres weiß, bitte in die Kommentare. Ja, also das heißt, stoppt endlich jammern, jetzt beginnt sozusagen diese Partei. Wir müssen alle Energien konzentrieren auf Wir 2020 und diese Sendung, die hoffentlich jetzt in ein paar Tagen sozusagen beginnen werden. Wir 2020 spricht mit Gemeinwohlökonomie, mit Bürgerrats- und Bürgerversammlungsvertretern, Volksentscheidsvertretern und Next Scientist for Future. Und entwickelt daran ihr Wahlprogramm und ja, das ist der Weg sozusagen. Vergesst alles andere, hört endlich auf mit diesem sinnlosen Jammern. So, dann, was haben wir denn hier für ein Tagesbild? Wie sitzt es denn im Bilde? Ja, ein bisschen tiefer können wir noch gehen hier. Ne, das ist zu tief. Ich glaube, so lassen wir es mal. Ja, ich glaube, Sie können das ganz gut sehen, das Tagesbild. Ja, was nützt es immer über ein Symptom zu jammern? Corona ist nur ein Symptom für eine durch und durch kranke Gesellschaft. Und ich kann auch nicht jedes Mal Ihnen stehen, etwa 700 Sendungen im Internetfernsehen zur Verfügung. Ihnen stehen sechs Homepages zur Verfügung. Ich kann nicht in jeder Sendung immer wieder wiederholen. Da wäre jede Sendung fünf Stunden lang. Ja, also, studieren Sie die Wahrheit. Wenn Sie Ihre Irrtumswelten nicht verlassen wollen, ist ja auch gut, kann ich Sie nicht daran hindern. Drehen Sie unten rechts schneller, weil ich ja so langsam rede. So, das Dilemma bei den Linksextremisten ist eigentlich immer das gleiche. Da wollen Geldsüchtige anderen Geldsüchtigen Geld wegnehmen. Wozu? Geld macht doch gar nicht glücklich. Kein Milliardär hat ein, hat das tausendmal glücklichere, tausendmal gesündere, tausendmal langlebigere und tausendmal reichere Leben, das die nextscientistsforfuture.de allen Menschen ermöglichen können. Was will ich mit Geld? Geld wird vielleicht sogar am Ende gar keine Rolle mehr spielen oder wird relativ bedeutungsarm oder so. Ja, also, wenn ich glücklich bin, was interessiert mich dann noch Geld? Ja, aber leider ist es so, dass die Linksextremisten auch krankhaft geldsüchtig sind. Und ihr erstes Anliegen ist immer, dass sie anderen Geldsüchtigen als allererstes ihr Geld wegnehmen wollen. Ja, wozu? Wir wollen doch eine gesündere, glücklichere Gesellschaft. Und nicht, wollen doch nicht auf Geld beißen oder wollen wir jetzt in Zukunft Geld essen oder, ja, oder, oder ist es, ist es sexy, wenn wir im Geld baden, so wie Dagobert Dock oder was, was stellt ihr euch vor? Ja? Ihr kriegt doch keinen besseren Sex im Leben und nicht mehr Sex im Leben, wenn ihr im Geld badet. Ja? Die Millionäre, über die der Spiegel mal berichtet hat, was konnten die mit ihrem Geld anfangen? Sich gelangweilte Prostituierte oder sich ekelnde Prostituierte kaufen und Drogen kaufen, ja, wozu dann Millionär werden, ne, wenn das auch kein Glück gibt? Und deswegen waren dann auch viele dieser Millionäre depressiv, ja? Also, Glück und Gesundheit bringen nur die Next Scientists for Future für diese Welt, ne? Ja. Das mit dem, was die Linksextremisten wollen, dass das Geldsüchtige, also den Geldsüchtigen, das Geld wegnehmen wollen, das ist genauso, wie wenn ein Heroinsüchtiger dem anderen Heroinsüchtigen seine Spritze wegnehmen, seine Heroinspritze wegnehmen will. Das ist genau das Gleiche. Und wo soll das eine Lösung sein, bitteschön? Bringt das uns weiter? Nein, überhaupt nicht. Vergess doch erst mal das Geld. Es geht doch um Totalreform der Welt, ne? Ja, und deswegen, wie gesagt, das Thema muss sein, wir 2020 ist die einzige Chance dafür. Ich habe ja gesagt, Deutschland ist schon tot, weiß es nur noch nicht, weil ein Aussterbensprozess immer ein bisschen länger dauert, so wie beim Römischen Reich. Aber die letzte Chance für Deutschland haben wir gestern in einem über zweistündigen Telefongespräch gesagt mit dem Mitglied von Wir2020, dem Doktor der Physik. Die letzte Chance für Deutschland und Europa ist eben, wir 2020 machen Talks mit Vertretern von, auf unsere Empfehlung hin, weil wir es nicht so einseitig haben wollten, mit Vertretern von Bürgerrat, von Bürgerversammlungen, von Volksentscheid, von Gemeinwohlökonomie, GWÜ und Demokratieführkämpfern und so weiter. Stopp das Jammern löst das Corona-Problem und alle anderen, indem wir an die Ursache gehen. Ja, ich glaube, das war es schon wieder, denn alles Wichtige ist in der englischen Sendung und wer klug genug ist, uns zu verstehen, der kann auch ein bisschen Englisch, um unser gerade prächtes Englisch ausreichend verstehen zu können. Ja, tschüssi, bis bald und schaut die Nummer davor, das ist die englische Nummer.